und weiter geht es mit einer besonders knusprigen folge von for the king 2 wir haben wir diesen dann schon hier endlich erledigt eben sogar einiges an geld ich würde sagen wir sollten uns möglichst schnell jetzt irgendwo hier in rechts begeben entweder in die kanalisation oder in den keller ich würde sagen in den keller stufe her ich denke sollte passen oder wir hatten halt die möglichkeit noch mal zurück ein paar level einsatz zu kämpfen ich glaube aber nicht dass ich das lohnen würde ich glaube ich hätte das ganz am anfang hätte ich die leute dann die gegend klapp machen sollen ich schaue mal ganz kurz mit ihnen in den markt mein leben ist ja voll ich denke nicht dass er irgendwelche dienste braucht okay der kann sich aber eh nichts holen quest gibt es auch nicht da würde ich sagen auch vielleicht mal seinen fokus auf geht schon ein paar schritte nach vorne hätte noch schriftrollen eigentlich okay aber wo ist das andere becken warte mal wenn auch einmal okay das gar nichts gut na gut ich mag den standort zu einem ziel deiner wahl ja gut so weit geht es nicht na das lassen wir dann erstmal was das hier ach ne wir lassen wir lassen obwohl er könnte alleine vorreisen ne das wäre ja auch möglich ja ich überlegs mir mal vom leben her sind alle in ordnung würde ich sagen ich will aber mal das hier testen wo wir da landen das würde ich gerne wissen also wenn wir wieder von uns zu retten hätten wir noch mal so ein wolf ne komm geil sehr nice es wir haben jetzt hier unsere pistolen schützen und dem wolf das ist wir sollen schnell ganz schnell da hinten hin so du hast einiges an geld wird man sich noch ein holen tatsächlich ich weiß nicht ob das die letzte mission hier in dieser kampagne ist fragen über fragen was machen wir denn da so brauchen wir eigentlich nicht ne das einzige was ich mir holen könnte wäre noch hm die heilkräuter würde das funktionieren oder ist der andere dann weg ich versuch's mal wir werden es herausfinden wir werden sehen so ich testen ich würde sagen mit dem hier gehe ich lieber mal vor oh jetzt wollte ich eigentlich eine teleportationsrolle benutzen dann kommt sowas aber ich will mich nicht beschweren das ist geil so geh du mal rein ich schau mal wo du rauskommst ach da oben ist ja auch was ach so jetzt haben wir hier schönes also king arthur mäßig ach ich darf es fast bekommen schade das hätte mir wieder schwert bekommen leute naja hier oben ist ja auch noch was man konnte ja so ein ding kaufen aber hab ich leider nicht naja gut wir müssen auf jeden fall echt schnell vorankommen oh wir kriegen gleich hier besuch das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt gibt es hier nix in der nähe sieht nicht danach aus sieht nicht danach aus schaden schaden will ich jetzt mit dem nicht kassieren wir teleportieren uns schon mal zack oh das ist doch mal nett wow sollen wir da einfach reingehen ich mache einfach egal wir lassen den armdrückwettbewerb kann ich euch mal zurück ziehen alles klar what? alleine? hau ab ganz schnell weg hier ne alleine ne 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 nicht dass sie mir drauf geht ich habe wiederbelebung aber die will ich nicht riskieren ne ne gehen wir mal gehen wir von hier oben gut dann dauert es noch eine runde schade ich gehe trotzdem mal bisschen in die richtung hier das ist aber nichts alles klar ja das war klar da kann man nichts machen aber wir haben eine relativ gute truppe jetzt eigentlich oder ja oh wieder so ein troll ähm 162 jetzt sagen wir gehen aber erstmal auf die wachen hier ja klar was auch sonst milzfeuer wir versuchen es mal äh doch ist ganz gut sehr gut sehr gut sehr gut oh ist aber gar nicht gut hey hey das war nicht schön ähm zu die 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 gut schau mal wenigstens der weg ui ja was ist mit dem los hier na immerhin gut wir machen noch mal himmelsfeuer das lief ja nicht ganz so gut ich hau lieber den weg ernsthaft ich dachte ich hau den safe weg nein gar nicht der greift den an super mein leben hier gar nicht gut ich muss die leute gleich eigentlich heilen ja hol die mal wieder gar nicht gut das war ja ja was machen wir denn da er hat bis jetzt nur daneben gehauen wow wow das ding ist diese gruppe truppen bringen mir gar nichts es muss mich eigentlich heilen okay die haben aber eh alle kräuter wir sind eine große truppe wir sollten ganz schnell in die höhle okay du mal dahin so kann er nicht es darf ich würfeln dann geh du mal dahin vielleicht das ist aber das jetzt nicht so ich würde sagen ja okay ach hier oben können wir auch noch hin eigentlich ne jeder kann es versuchen oder wie dann schauen wir mal wenn der magier jetzt nicht da schon kommt in den keller rein ne ich meine wir können ja einmal kurz hier hinter gehen hier gibt es nichts ach guck mal hier hier versuchen und ein gegenstand na gut na gut das schwert ist weg da schaffen wir es auf jeden fall nicht mehr hin ich habe wieder so mit dem leben ich meine der hätte ja kraut dann kommt er auf jeden fall nicht mehr und trotzdem mal so ein bisschen die richtung laufen aber ich denke null prozent tot ein zug aussetzen nix oder ein gegensatz halten wir dann let's go immerhin immerhin ich würde sagen sehen hier und der bekommt auch mal ein so und dann kann der magie rein kommen wir doch alle rein ist vielleicht noch nicht bereit dafür versuchen wir zwei söldner sollte und den wolf dass wir schaffen dann ja dass der bitter was sollen wir sonst machen wir können eh nicht leveln gerade sieht doch okay aus oder fehlt einer äh wo ist denn seiner hier leg unter ach so doch wir sind alle gut ähm ja gehen wir auf diesen imp mag ja natürlich äh der schall bursche der schlägt nur daneben im moment ne da war gut strahl auf den hier so dann ist der schon mal weg gut 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 übrigens auch daneben gehauen da machen wir mal den hier sehr gut oh ja sehr nice sehr gut es liegt doch bis jetzt schon mal sehr gut die runde komm komm er trippt auch mal er trippt auch mal kommt auch mal vor ah gut dass er fast tot kommt auch da ja 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 was denn jetzt was war denn das jetzt leute können wir das einem erklären also jäger ist geil der jäger hat es drauf ja wie immer der schmied und das gold oh x neurore die intelligenz mhm klar kein ep multiplikator aber intelligenz ist schon echt gut ne ich würd sagen ziehen ziehen das gute ding so auf hagelzeichen komm sag mal bitte in Ruhe ja ja dann identifikation machen wir mal ja scheint wo aha das ist gift gut das gemacht aber ich dachte schon geiler luke weiß magnetfalle äh erfolg oder clowns gold hier ja das ist das ist das ist das ist das ist das ist das besser besser als schaden super der wird mich mit gold verlieren ja klar ich kriege nicht mal gold hier drin mir wird er gold geklaut super ja ja der hat na gut na gut na gut na gut na gut so so die kann ich nicht teilen ne ich denke die kriege ich jetzt nicht weg dann gehen wir mal auf den hier erstmal sehr gut sehr gut ui 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 der hat gezogen das können wir auch oh man runter ist fast tot ne na schaffen wir die spinne wenn der jetzt drauf gehen würde der wolf dann definitiv ja ansonsten würde ich sagen ich liebe auf den ach komm na gut na gut na gut die macht schadengriff gehen wir erstmal auf den hier was soll ich dazu sagen na ob der den weg kriegt na natürlich nicht also der stallbursche ist im moment gar nicht so toll ne oh ja versuchen wir mal unser glück mit ihm hier wir machen nochmal himmelsfeier ja ja sehr gut guck mal der der ist ein guter Typ ey der hat's drauf dann erhöhung des ausweichens ähm machen wir mal er ist sehr gut komm du hast dir verdient wusstung ja komm sehr nice steilbursche hat's nicht verdient ob das eine richtige küsse diesmal ist ich glaube ja oh für die durchverwendung äh super wie viel leben hat die äh äh was ist denn da los provozier mal provozier mal kann ja gar nix irgendwie kriegt er gar nix hin ne uh die hat aber echt viel rüstung oh oh nein nicht auf meine maria oh das war nicht schön komm weg mit der da haben wir jetzt den schmied aber warum ist der jetzt hier hinten da vorne ist doch ein platz warum ist der schmied hinten der hier vorne hab ich irgendwas verpasst naja das ist irgendwie blöd der haut daneben im Stallbursche kann immer noch nix machen das gibt es doch nicht äh der ist überlebt ich denke ja wir leben in der Schuss komm versuch mal sehr gut sehr gut doch komm aber der braucht noch einen schlag sehr gut sehr sehr er wollte es besser als alle anderen ne ne also als viele aus dem team was ist denn das hier ja meine ist besser muss ich ihn trotzdem mal nehmen gut nicht so die geile Beute oh nein oh nein ähm ja ja Glück gehabt was das ist das ist aber ganz schön das ist aber ganz schön noch noch ja was machen wir jetzt da jetzt haben die spinne safe erstmal ne ja ja warte mal ich nehme mal lieber ein Kräuter bevor der mir den weghaut hat ah der ist sehr gefährlich ja ok komm den schaffst du doch oder ich glaube an dich ich glaube an dich oh oh ich muss Heilung benutzen komm einmal lass mich dich ein Stich geht doch was ist los mit der gut ähm brauchen wir ja machst du oh ok das ist nice sehr gut gut nur noch er nehmender Schuss komm versuch dein Glück naja da haut der zwischen nochmal dick rein ne hm oh der war auf jeden Fall fies komm jetzt aber machen wir einen richtigen Schuss na geht doch sehr schön den kriegen wir auch jetzt down oder komm schon Wolfi komm Schmied oh es geht doch und hat die Gruppe verlassen alter wie er da liegt wie er da auch liegt ah ne wir halten den ah ne wir halten den dann nimm mal hm so sehr schön kriegen wir jetzt nochmal eine Truhe dann sind wir einfach durch ach es geht noch weiter ach du kacke wo ist die Truhe äh ach Tür Miet oder Stallbursche komm opfer du dich mal na immerhin ach es geht noch weiter oh 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 das sieht nicht gut aus das hier volle Heilung ja du definitiv na gut immerhin na immerhin oh oh das ist ja hier richtig fies die Fledermann sollen ihn auf jeden Fall wegkriegen na super ja das läuft irgendwie gerade gar nicht ne was ist denn hier los das ist ganz und gar nicht gut das ist ganz und gar nicht gut kriegen wir richtig Schläger ne den muss kriege ich nicht weg den auch nicht dann mach schon mal wieder den hier weg ok so weit so gut oh nein das ist fies wow er schafft auch mal nen Schlag macht der doch gut komm mach mal deinen Job das gibts doch nicht die anderen beiden waren viel besser die schießt immer nur daneben ne die schießt selbst an äh seltsamerweise immer daneben sehr nice perfekt die zwei sind schon tot naja wie sieht es mit dem Hut aus Da habe ich auch so ein Zwei-Stärke-Zell-Vitalität. Könnte für den gut sein, ne? Aber Crit-Chance... Ich würde sagen, ich lasse es mal alles so. Außerhalb nicht, es kommt noch mal ein dicker Bossraum. So, kürzlich, je da, dann sind wir fertig. Ich glaube, lange hält das nicht mehr aus, ne? Gut, jetzt kränken die es mal an. Ja, geht ruhig auf die drauf. Die mal eh nix. Genau. Komm, jetzt treff mal. Das ist unglaublich. Das ist wirklich einfach nur unglaublich. Guck mal, so muss es laufen. Da ist nix, wer der Dieb dran, dann... Hau den mal. Triffst du jetzt mal. Das kippt... Die ist so schlecht, ne? Das ist unglaublich. Guck mal, nochmal. Perfekt. Die ist wirklich ultra schlecht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Schade. Schade. Aber gut. Ui. Befrustung der Angriffsschaden. Zwei Schadensreflexion. Ich denke mal, der ist ganz gut. Einen Ticken besser ist er, glaube ich. So, endliche Belohnung. Ja, komm, ganz gierig. Der Chef. Und? 82. Uiuiui. Uiui. 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 Mh-mh. Stell den Fokus wieder her. Ich würde sagen... Das nimmt er mal. Na gut, dann du auch. Forts... Wie? Geht es jetzt noch weiter? Ach, bitte, sag... Ne, wir sind draußen, oder? Sag bitte, wir sind draußen. Ich will auf jeden Fall ein Zelt aufstellen. Ach, Banditenkönig. Mh-mh. Es geht noch weiter. Wie soll ich das alles überleben? Mal ernsthaft, wie soll ich das überleben? Was ist hier oben? Äh. Achso, wir sind so, äh... Alter. Level 5, was? Ich habe ja auch kaum Erfahrung bekommen, ne? Achso, Marc. Ja, super. Na ja, Leute. Ich würde sagen, das war es auch mit dieser Folge, wenn es euch gefallen hat. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. 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 Ciao.